Diese Karriere brauchte viele, viele Jahre erst mal. Er gann im Schloss der Eltern, führte weiter in vielen Clubs, wo er gespielt hat. Auf der Straße gab es einige kleine Konzerte. Dann kam der große Erfolg. Es ist schwer, du hast die Zeit in die Zeit. Ich bin sicher, dass unser Freund das gleiche ist. Du musst starten, aus dem Boden, wirst du deinen Weg hoch. Und manchmal schlippst du, du kommst und du kämpfst und du kämpfst. Für mich ist es 42 Jahre als professioneller Musiker. Ich bin überrascht. Ja, und es ist toll zu hören, dass ein Weltstar sagt, okay, es gibt immer mal diese Phasen, man fällt auf den Boden der Realität und muss sich wieder neu hochkämpfen und arbeiten und Erfolg haben am Ende und immer wieder an sich glauben. Ja, wir sind sehr glücklich, dass wir dich und Sie heute hier haben. Chris, do you mind going over to your guitar? Oh, a song. Yeah, Confession. Why not? Confession, also, es ist ein Liebessong, das kann man sagen, ein Bekenntnis an eine besondere Frau. Und es macht Sinn, diesen Song zu spüren, zu fühlen und vielleicht sich darin auch wiederzuerkennen. Also, bei uns ist jetzt Chris de Bourgh mit seinem Song Confession. Are you ready for this? I got a confession to make, I can't get you out of my mind And what an impression you made, when I saw you for the very first time When I met you with your boyfriend, well I knew right away, he wasn't the right one for you And the way he made you cry, I got a confession to make, I got a confession to make, it was me that sent the rose and champagne Are you okay, are you okay, when I came to your rescue, you gave me your number, you gave me your number, and when you told me on the phone you're alone again You'd love to have me right away, you'd love to have me right away, you'd love to have me round to your home someday But I'm waiting, waiting for you And I will get down on my knees, and I beg you darling please Don't keep me waiting here so long Because I've got an aching heart And I've got to make a start So let's just see how far We can go So now you have to tell us the number and the name of the girl It's you, it's you, it's you Ich gebe meine Nummer nicht weiter, auch nicht an Christa Berg Nein, also es ist ein Liebesong gewesen, Christa Berg, ich wünsche dir gerne mit der Welttour Vielen Dank, danke Und dich bei, Verstehen Sie Spaß? Wir sehen uns morgen, freuen uns auf Sie, Dankeschön, bis morgen, ciao Bye-bye Danke, thank you very much